Dr. Longbow musterte ihn noch einmal mit ausdruckslosem Gesicht. Dann nickte er knapp und rauschte wortlos aus dem Backstage-Bereich. Tim hatte keine Zeit, sich zu freuen oder überhaupt irgendetwas zu denken, denn auf einmal ging alles ganz schnell. Der Vorhang öffnete sich und plötzlich war Tim wieder Prinz Tamino. Bedrohlich wälzte sich die Riesenschlange von der Seitenbühne heran. Einige Schüler trugen sie wie einen chinesischen Neujahrsdrachen an Stangen. Und Tim begann zu singen. »Zu Hilfe, zu Hilfe, sonst bin ich verloren, der listigen Schlange zum Opfer erkoren.« Die Worte flossen aus ihm heraus wie damals im Canyon, als die wirkliche Schlange hinter ihm hergewesen war. Tim musste einfach nur er selbst sein. Und zugleich Prinz Tamino. »Barmherzige Götter, schon nahet sie sich. Ach, rettet mich, ach, schützet mich!« Mit Paolo als Papageno an seiner Seite traf er wieder auf die drei Damen und die Königin der Nacht. Sie zogen aus, um Prinzessin Pamina zu retten, und stellten sich Sarastros Prüfungen, rote und blaue Bühnenbeleuchtung, bis schließlich am Ende das Licht der Weisheit strahlend triumphierte. Tim war erfüllt von einem wilden, warmen Glücksgefühl, als er sich zusammen mit den anderen beim Schlussapplaus verbeugte. In vollen Zügen genoss er die Begeisterung der Eltern, Schülerinnen und Schülern. Olivia pfiff sogar auf beiden Fingern. Anton saß zufrieden neben seinem Vater. Herr Baumgartner beklatschte seine Schützlinge stolz vom Rande der Bühne aus. Einige Männer und Frauen, die Tim nicht kannte, machten sich eifrig Notizen. Waren das Kritiker auf der Suche nach künftigen Talenten? Egal. Tim hatte heute nicht für sie gesungen. Auch nicht für die Jodel-Heini-Deppen aus London, seine Lehrer oder sonst jemanden. Sein Blick ruhte ganz auf Sophie, die ihn glücklich anstrahlte.